Ich habe keine Ahnung, bin ich noch nicht gefahren. Ich auch nicht. Die Boxeneinfahrt ist scheinbar noch vor den Esses oder in den Esses, kurz vor Stadttziem. Warum? Ich habe gerade eine 5-Blatt-Hitstrache bekommen, weil ich einen ganz leichten Kipper mit einem Killer-Pit-Verträger aus der KI rausgegangen bin. Ja, so ist es halt jetzt. Schade dir nicht. Wir haben alle schon mal mit diesem Spiel gekämpft und irgendwelche komischen Strafe bekommen. Moin, grummelt her. Ja, toll. Was? 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 Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh nein, oh verdammt, oh, hab ich da viel Zeit liegen lassen jetzt. Das war's für heute. Die ist so ewig lang, die Strecke, gell? Ja, übel, Mann. Oh, Mann. Okay. 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 Hast du noch Zeit, das Problem zu beheben? Ja, muss ich gucken, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist nämlich auch gerade das Benzin leer. Nein, nein, ich kriege das Benzin leer. Alter, warum denn? Rammt da nicht von hinten weg, warum? Verstehe ich nicht. Wo ist denn die Einfahrt für die Box? Ich suche sie. Ich suche sie gerade. Irgendwo bei Stadtziel. Ja, super, ich bin ziemlich, Mann. Ja, du bist schon vorbei, wahrscheinlich. Gerade bei den Esses. Ich weiß nicht, wo, Mann. Du musst jetzt mal ganz kurz raus. Nach dem ersten Knick geht es rechts rein. Hey, was ist denn jetzt mit einem Alfa-Taurier da? Vor mir. Schlecht halber ein. Jetzt habe ich eine Zinsplatzstraße, gell? Danke. Oh je, warum? Weil ich einen Neubau holen wollte und ein bisschen rübergezogen ist. Du hast mich voll gecrashed von hinten. Ich habe gar nicht rübergezogen. Guckst du dir an. Grüß mal. Was ist heute los mit dir? Ja, aber echt. Ja, ich schaue, gell? Oh, Jan, wenn es einer schafft, dann du. Ja, klar. Schade, Jan. Nee, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass ich... Was ist denn jetzt? Wieder abgeschossen. Motor. Ich glaube, wir sollten das Qualifying auf eine Hotlab reduzieren und dann einfach 50 und 25 Prozent rennen. Das zweite mit Reverse Grid. Das würde ich gerne mal testen. Gestern haben Sie irgendwas... Was hat gestern so Spaß gemacht? Haben Sie da was getestet? Nee, gar nicht. Das war nur für ein Grundrennen, aber das war lustig. Nee, war echt lustig. Ich habe sogar dem Jan extra noch Platz gemacht. Naja, ich weiß nicht, der... Ich bin ein bisschen angespannt. Er hat halt den Windschatten ausgenutzt und er ist halt nicht rechtzeitig rüber. Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß immer, ich weiß, wo die Box ist. Das ist so scheiße. Mein Auto bleibt gleich stehen. Also bei dem S, bei dem letzten S, ja? Ja, gleich nach der Rechtskurve einfach geradeaus dann statt links Richtung Stadt C. Oh, ich sehe es. Oh, ich habe es. Danke. Oh Gott. Ach du Scheiße, Mann. Hey. Wie viel Zeit haben wir noch? Acht Minuten. Ach, die eine reicht noch. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, Mann. Oh, Scheiße. Oh, die hat gezählt. Fast das schlecht ist gewesen. Immerhin. Ich schaue die Aufmerksamkeit. Aber das rückelt auch heute bei mir, das ist auch normal, ich weiß nicht was nicht stimmt. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich nicht will. fünf minuten lang das noch ja ich meine ich muss jetzt einmal rein dann raus und noch heute fahren das langt nicht bitte nicht aufhalten danke dir du kommst jetzt auf jan ja und wer wen hat es hier noch nicht irgendwie mal unfair erwischt also wenn er das jetzt nicht kann dann der hätte er holt uns doch nach drei kurven sowieso alle ich weiß nicht warum er ihn trifft es doch am wenigsten ganz ehrlich ich sage jetzt dazu einfach gar nichts ach jeder jeder hat doch mal ab und zu und das ist doch keine absicht und dann immer gleich verlassen und sich aufregen und ich verstehe es nicht total unnötig ich rede mich jetzt nicht auf ich fahr jetzt noch gemütlich mal dritte runde vielleicht schaffe ich es ja noch zeitlich beenden alt nein zurück wie viel haben wir noch etwas wieder nicht angezeigt das wird nichts glaube ich hopp 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 bist du hinterm rohfuß oder hat er eine schnelle der da kommt doch zwar eine schnelle team die mix ich weiß machin Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein! 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 Ich weiß nicht, wie viel Plus ich auf dem Delta hatte. Nein! 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 Nein!